Moin moin meine lieben Leute und willkommen zurück auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge Medium auf der Xbox Series X. So wir haben jetzt unseren Vater gefunden, allerdings nur den Geist von ihm, konnten ein bisschen mit ihm schnacken und werden jetzt mal versuchen zu dem See zu kommen. So, die geht jetzt ein bisschen träge, wie man sieht, ich kann auch nicht laufen, aber es liegt wahrscheinlich daran, weil es jetzt vielleicht schon das epische Finale ist, man weiß es nicht. Schauen wir mal. Gott, das ist es. Das Ort aus meinem Traum. Ich habe diesen Weg ein tausend Mal in meinem mind. I know every inch of it. But this time, something is different. Cool aus, ne? Muss man sagen. Also imposant schon das ganze Grafische hier. Muss ich zugeben. Klar, jetzt werden die Leute sagen, ja, mein PC kann das auch. Natürlich kann auch mein PC das, aber es gibt auch Leute wie genug. Ich kann es so klar fühlen. Es gibt natürlich viele, die so eine RTX haben und alles mögliche. Ist denn so. Aber ganz ehrlich, für 500 Euro so eine Power-Maschine zu bekommen, kriegst du mit dem PC glaube ich auch nicht hin. 500 Euro so ein Maschinchen hinzustellen, das die Fähigkeiten hat und auch noch die SSD hat und den ganzen Kram dazu. Und vor allen Dingen flüsterleise. Also ich meine, die Xbox Series X, keine Ahnung, man denkt, die wird passiv gekühlt, weil man hört nichts. Also rein gar nichts. Kommt mal fast so vor, als ob man eine Elgato hier lauter ist, obwohl die überhaupt keinen Ton macht. So. Da ist das Mädchen. Wir sind ein bisschen erwachsener schon, ne? Nicht mehr das kleine Mädchen. Wir haben es endlich geschafft. Lillian, ich habe dich erwartet, kleine Freundin. Lillian, ich... Ich weiß nicht. Ich kann mich nicht erinnern. Ich bin so sorry. Es ist okay. Es war besser so, als ob es das Leben war. Ich bin so, als ob es das Leben war. Ich bin so, als ob es das Leben war. Sie ist okay. Sie ist okay. Ja, ich bin so, als wenn es das Feuer in unserer Haus war, warst. Ich habe ein Begeleid. Ein Teil meiner Säule. Der Tod, der enttäuscht wurde, wurde verabschiedet. Du meinst du das Monster? Aber warum? Für dich zu retten? Das hat uns geholfen lassen. Aber in Rückkehr musste ich es frei sein. Frei, frei, zu verabschieden, zu zerstören, zu töten. Eine Masak. Ja. Alle diese Leute sterben, damit wir leben können. Wir leben. Und weil ich lebte, so waren meine Demons. Der Vater wusste, meine Macht waren zu gefährlich. Der Vater wusste, dass du ein normales Leben bist. Und was für dich? Er versucht zu... Nein. Vielleicht sollte er. Aber er konnte sich nicht bringen, um es zu tun. Insofern... er hat mich verlassen. Aber er hat nur die Inevitable gedauert. Monster. Er wurde weg. Und jetzt bist du hier. Du bist der einzige, der kann das zu verabschieden. Du. Wir beide verabschieden unseren Vater. Aber auch seine Feind. Und den Traum. Der Traum. Aber... All I see is a girl. You. Shot dead. Here, on this pier. Hasn't it already happened? No. Oh, ich ahne fürchte dich, jetzt muss ich sie erschießen? Kann das sein? It's not the past you see. It's the future. The dream. It's what I want to happen. What? It all ends... in me. But... No. No! You can't send a spirit away while the host is still alive. That's why you couldn't destroy the monster. That's why sadness didn't want to go. But... You're my sister. That's why it has to be you. I... I'm not strong enough. You... It won't let me. Only you can end this. Only you can fix what our father could not. Lilly-Anne. I can't. Please, don't make me do this. It's the only way to destroy it. To prevent further bloodshed. Lilly? Marianne? What's going on? You see? Oh, skin-spect. Now too small. Constricted. Outgrown her. Don't need her. No. Light. Almost gone. Not dark-jacked. Get in there. You're wrong. There is another way. Marianne... No! What is she doing? It changed us. Sniping! It's like you said. I'm your only chance. Aren't I? You need me. A medium strong enough to sustain you. The others? They only lasted for so long before you broke them down. Marianne. Please. I don't want this. Maybe it's not your choice. Maybe... ...this is MY story after all. No! Stop it! Stop it! Please, sister. Send me free! No! Stay back! Stay back! Stay back! No! Only you can end this. You can't only save everyone. Butterfly. Baaah! Busy Nix. It all starts... ...with a dead girl. Bitte nicht. The end credits. Hmmm... Schade. 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 Das ist ja ärgerlich, dass man nicht genau weiß, wie es geendet hat. Also, ich gehe jetzt davon aus, dass sie sich erschossen hat. Weiß es nicht. Du bist noch nie. So, das muss ich hier mal vor spulen. Eine Schrift sehen. Ich spule mal vor. Auch wenn da was kommen könnte. Vielleicht kommt danach noch irgendwas. Da! Das Medium ist unser bisher größermobilziertes Spiel. Der Titel ist uns wichtig und ein persönliches Projekt, das über Jahre in der Entwicklung war. Wir haben sehr viele Herzblut hin angesteckt und nehmen viele Tollen-Ainderungen aus der Entwicklung Zeit mit. So toll es auch ist, ein Spiel zu erschaffen, werden wir das tun, was wir lieben, haben wir immer einen Person hinter Kopf, nämlich dich. Deine Meinung sind sehr wichtig, denn sie macht uns zu besseren Entwicklern. deshalb müssten wir gerne was von mir hält meinung abgeben ja machen vielleicht wieder ich jetzt wo kommt da noch was tiktok 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 keine zeit keine zeit der hase von alice wunderland war das thomas oder henry man weiß es nicht man weiß es nicht spitze spiel war es muss ich zugeben hat mir sehr gut gefallen ich hoffe es hat euch unterhalten ihr hättet spaß daran auch mit gut zu schauen wenn ja dann abonniert mich bitte oder lasst ein like da oder schreibt was in die kommentare auf die glocke alles was ihr wollt hauptsache ihr gebt mir vielleicht ein bisschen feedback denn nur so kann ich ja auch meine let's place verbessern einige schreiben wir schon immer einige nicht das ist auch nicht so wild man kann ganz normal auch anonym gucken aber wenn ihr euch schon gefallen hat hier drei vier folgen guter bitte lassen auf jeden fall ein like da oder abonniert doch ein kanal ich kann mir noch mehr spiele interessieren könnten tut ja nicht weh auch wenn es jetzt vielleicht nicht so ist dass man sich jeden tag die was bei mir anguckt nur gut ich danke euch auf jeden fall fürs zuschauen hoffe ihr seid beim nächsten let's play was wir machen dabei bis dahin tschüss ihr ja 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 du